Wir waren alles über den Mann Wissen, für den Sie arbeiten. Den Mann? Oh nein! Es geht hier nicht um den Vater. Hier geht es um den Sohn. Artemis V. Du bist groß geworden, Sohn. Und klüger, als ich es mir hätte vorstellen können. Dann nimm mich mit. Ich habe nur noch dich, Artie. Ich muss nur noch eine wichtige Sache erledigen. Die Behörden sind auf einer weltweiten Jagd nach dem bekannten Sammler. Er soll hinter einigen der größten Raubzüge aller Zeiten stecken. Dad. Hallo? Deine Familie hat uns etwas von großem Wert gestohlen. Gib es mir wieder oder ich zerstöre alles, was du liebst. Das dürften Sie noch gar nicht sehen. Ihr Vater hat einen komplizierten Beruf. Er hat jahrelang mächtige Geheimnisse gehütet, um die Menschheit vor den Gefahren einer anderen Welt zu schützen. Es ist Zeit, sich ihrem Schicksal zu stellen. Aber wir sind dabei nicht allein. March Dickens. Ein hochbegabter Riesenzwerg. Und ich bin Holly Short. Deine Verbündete auf der anderen Seite. Es gibt sie. Also gut, retten wir meinen Vater, retten wir die Welt. Angst, Artemis? Ich bin lieber ängstlich als tot. Die Armee ist im Anmarsch. Dad! Ihr denkt, ihr könnt uns besiegen? Mal sehen. Für wen hältst du dich? Ich bin ein kriminelles Genie. Artemis! Artemis Foul. Ich weiß nicht viel über Trolle. Auf was soll ich achten? Die Zähne. Sie fressen Menschen. Gut zu wissen. Ab 14. August exklusiv streamen auf Disney Plus für nur 6,99 Euro pro Monat.